Was ist die wichtige Erkenntnis aller befragten Meinungsführerinnen und Meinungsführer? Die wichtige Erkenntnis aller befragten Meinungsführerinnen und Meinungsführer ist, dass es ein gemeinsames Ziel von Politik und Wirtschaft gibt. Das ist das Gute. Dieses Ziel lautet Zero Emission. Zero Emission funktioniert aber nur mit einem Mix aus CO2-neutralen Antriebstechnologien. Die Lösung wird in batterieelektrischem Antrieb, der Brennstoffzelle und auch übergangsweise den sogenannten E-Fuels gesehen. Alle befragten Expertinnen und Experten sehen die Besonderheit, dass der Automobilstandort Deutschland dabei einem immer stärker werdenden internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist. Der Umbau hin zu einer emissionsfreien Mobilität kann daher nur gelingen, wenn wir offen für Technologien sind und die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist. Schließlich muss das Angebot der Industrie an den Bedürfnissen der Menschen orientiert sein. Schwer im Abseits Untertitelung des ZDF, 2020